Mein Vater war Migrant in Deutschland, ist Italiener. Ich bin deutscher Migrant in Österreich, fühle mich wahnsinnig wohl hier. Mache hier gerne Theater für Kinder, auch für viele Migrantenkinder, die bei uns im Publikum sitzen. Das ist für mich ein besonders wichtiger Aspekt, dass wir hier nicht vorgehen nach dem Motto, fremdes Blut tut uns nicht gut, sondern dass wir auf Toleranz statt Ausgrenzung setzen und auf Solidarität. Ich würde sagen, was die Regierung dieser Stadt anbetrifft, wir sagen am Theater, never change a winning team und daran sollten wir uns halten.